Herzlich Willkommen, EU-Siege gegen Kintata und Osparka. Na gut. Kein Plan, was der Tag bringt. Was steht da noch? Franz Gurgeltrian habe ich auch noch nie gesehen. Na gut. Was haben wir da? Wer hat's zu wenn hat Eriel auch nicht schlecht, okay. Oh, der ist nice. Na gut. Wir werden schon irgendwas finden. Okay, der Kollege hier mit Windpandaleona, eh. Ich glaube, dass ich das hier schaffe. Ich meine, theoretisch schon, ja. 100 Crit Rate, 100 Accuacy, Ciara. War nicht schlecht. Pally Moved First. Ich glaube schon, dass wir das irgendwie schaffen. Okay, wir buffen. Die Frage ist... Im Normalfall macht der Windpandale 2. Skill. Die Leona ist ein bisschen scary. Weil sie irgendwie provoten und stunnen können, ne. Deswegen würde ich sagen, wir bomben Leona. Ja. Ich hoffe, der Damage reicht. Ja, dann hoffe ich, dass der Pendle 2. Okay, der Damage reicht. So, das Damaging auf Eriel machen. Jawohl. Okay, Eriel hat uns Gott sei Dank nicht gestript. Selbst wenn, glaube ich, wieder umfallen. Ja, nice, eh. So, Damage von Eriel. Press Auto. Detonate. Das reicht trotzdem nicht, aber macht ja nichts. Ja, nice. Ich schwere, ich wünsche dir, ich würde bei uns im Siege mal solche Defenses sehen, eh. Okay, sollen wir uns mal kurz probieren hier? Berat, Svenna, Ariel mit Sono, Leo. 75 Resistance. Das ist eigentlich recht nice, eh? Ja, warum nicht hier? Scheiß drauf. Duh. Okay. Sehr gut. Na gut, wir haben dabei mal irgendwie alles resistiert. Überhaupt nicht ein Torrent, ne. Logischerweise. Okay, Klassiker. Jetzt, wo sie irgendwie so drauf ankommt, langsam, ne. Okay. So. Wir sind eh auf Empire, ne. Was killen wir denn? Eigentlich würde ich eh Varad sagen, ne. Ja, killen wir Varad irgendwie. Svenna bringt's halt irgendwie nix, ne. Da hab ich irgendwie lieber ein Target weg. Okay, okay. Jo, hör auf, he. Und das... Ja, dann killen wir halt irgendwie Ariel. So, Svenna, hast irgendwie noch eine Chance. Aber ich hab sie mit den Biotrox, eh? Ich schwör. Aber sie machte mir trotzdem nicht viel Damage, eh? So, wunderbar, eh? Dismounted durch Dots, das heißt, sie hat ja keine Attackbar. Tolo Lio, nice, wirklich. Ich guck mal den Kollegen hier mit Praha, Huracan, Taranis, mit Bale, Lucian und so. Oh, macht die Lucian so wenig Schaden wie beim letzten Mal kein Plan? Ich hoffe, dass man die Praha killen kann, ich mein Taranis sicher und dann kriegt er unser bale steckt die frauen wir auch im feld kinder ist zur antage der dilution und überlebt sogar noch irgendwie was die frau der perfekte und wir überleben sogar noch wegen hier in du war nicht schlecht wunderbar freut mich für der kollege ist neidbar um double werwolves es hier und video mit was twins und chloe ja probier unser glück halt je nachdem was sie für runen haben halt schon mal gut ist der der video kann enttäuscht gemacht hat allerdings sind wir schon was so langsam dass es wurscht ist na ja gehen wir haben kinder stevens bring aber leider keine kritisch schlecht ist okay so hier hoch berückte ich habe zu wählen er geht ihr auf chloe okay oh mein gott die feds break die fans break na gut ich glaube es reicht aber trotzdem im dritten skill war ein bisschen sehr knapp aber was soll es noch breit probieren die kollegen hier ist seara orion perna mit geldnir emilia und scoogl was hast denn du resistance 51 und scoogl haben wir ein shield set nein da habe ich gehört na gut na dann hoffen wir mal irgendwie das orion nicht durchdreht turn 1 okay wir transformen wir transformen freeze okay check 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 okay genau dafür mit den clients aufgehoben hier So, auf was gehen wir denn Überhaupt irgendwie Eigentlich bin ich Orion irgendwie fast schon Na gut Level 35 Orion OP Oh nein, ist Disperse dran Disperse dran Und ein Freeze So, freeze dich Okay Nice Vioprogg, na gut Nur noch Perno über Dauert zwar ein bisschen, oder? Außer du Vioproggst Skiggle Nice, er progt ja scheinbar Wirklich ein paar mal Aber gut Naja Na gut, na gut So, der Kollege hier Windpando Juno Und unserem Wasser Demon Schauen wir mal Ich hatte irgendwie überlegt, ob ich da nicht irgendwie so Weißt du, so Wunsa und Pelle Svenna bringen, aber Oh Perno Double Life und Savanna Double Life, sag ich mal Na Ist halt ein bisschen ekelhaft So, Juno Sehr gut, sehr gut, sehr gut Gehen wir mal irgendwie auf Perno Der Wasser Demon ist eigentlich gar nicht so wilde Der wäre dann glaube ich irgendwie wirklich nur dafür da um Ja, Wunsa halt Falls überhaupt zum Finischen Okay, sehr gut So, dismounte dich Okay, Perno First Life Juno geht auf Savannah wegen Death Break Du, Revenge killst dich Sehr gut So, irgendwie müssen wir halt noch ein bisschen überleben So, Hilfe uns Na gut, trotzig Hat sich eh erledigt Aber hey Na, schau Dafür war der Demon da Genau dafür hab ich ihn gebracht Hier um Wunsa zum One-Shotten So Sierra, Orion und Rogue Okay, schon wieder so 35er Orion Kann das irgendwie funktionieren Hier Schultern Sian und Vanessa Der Plan ist irgendwie so halt Ja, der Sian stirbt und mit Attack Buff zurückkommt Schauen wir mal, ob das irgendwie aufgeht Okay, keine Death Break Okay, immer noch kein Death Break Das heißt, Sierra geht auf unseren Sian Der stirbt aber nicht Na gut So, stun den Ha, Rogue hat sich gerade selbst gekillt Okay, keine Bombe auf Orion Aber prinzipiell glaube ich schon Relativ wurscht Oh, scheiße Halt mal oben her Na gut Na gut, so Da ist er wieder mit Attack Buffer War halt irgendwie Irgendwie zu spät Nein Okay So, der Kollege hier Sierra Bastetto Burner Schauen wir mal Schauen wir mal, ob man das machen Ha, Sniper Oder M und Ariel Warum nicht, oder? Wie viel Resistance hat Ariel 61, na gut Ja Die Ara gab ich First, oder? Weil irgendwie fast Irgendwie würde ich fast schon Perna killen wollen Naja, auf jeden Fall Nice, dass du gestirbt hast Super Stat Ja, ja Hat super Stat stunnen Nein, scheiße Oh, resisted Können wir trotzdem killen? Okay Wunderbar So, lass dir mal irgendwie Defense Buff geben Einfach so Das heißt Wir brauchen nicht mehr irgendwie Defense Break und Perna zum One-Shot Und das freut mich Oh Gott, hey Wir dürfen nicht am Dodge sterben, hey Weil dann bringt das vor dem Passiv nämlich nix Das schaut schlecht aus, hey Alter Schwede, hey Kill Kill Oh Gott, hey Gott sei Dank sie wird angekommen, hey Das war ein bisschen scary gerade, hey Kill Okay, danke, hey So, dann halte ich hoch Press Auto Ja, das ist halt ein bisschen Wenn man halt irgendwie am Dodge stirbt dann, ja bringt halt eben das vor dem Passiv nix Aber Gott sei Dank eh nicht Oh, nice Crit auf Wasser Wunderbar, hey Okay, der Kollege hier Siara Passt das Perna doch mal Mit Rika Ritesh Und Fairy King Vielleicht haben wir ja Glück und Land irgendwie so einen vernünftigen Reset oder was Dass wir Perna irgendwie resetten und irgendwie auch killen können Das wäre natürlich optimal Das finde ich irgendwie auch immer cool Was der derbt So, Double Oh, nicht schlecht Ja, lass es trotzdem machen, hey Okay, ich glaube irgendwie was der hat eh resistet, oder? Ja Na gut, dann scheiß drauf Fokus mal irgendwie die Siara Okay, die stirbt eh gleich Das ist doch geil, dass sie irgendwie so Squishy sind, hey So, Perna first life Oh, nee, nee Friends Bei Runden Glancing Na, gibt es hier Wo ist hier Ja, nice Absolut Nicht ein einzigen Dot gelandet Aber was soll's Das sind die Autodrücken Und Perna targeten Nice Sleep Und Stun Kannst du irgendwie Sterben Perna hin Okay, Perna down Ja, jetzt dauert halt ein bisschen Bis ein paar Stats stirbt Aber, hey Ich weiß gar nicht, wie viele Tags wir jetzt noch überhaben Auf jeden Fall Hoff ich, dass wir genug gerundte Monster überhaben, hey Und dort greeter, hey Keine defense break Na gut Und, finally Was, step down, hey Vernichtet alle Formationen, hey Nice So, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist Ist das eine gute Idee Ach, lass nicht die bringen, hey Lass 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 ihm irgendwie eine Triana bringen Traktor Auf Vampire Und Icarus Und eine Triana, halt, ne Schau mal Traktor hat halt Solo-Potenzial Irgendwie so So, bitte übertreib's nicht, Orion Oh, scheiße, hey Fuck Okay, ich glaube, ich muss irgendwie jetzt schon machen, hey Den Nug rausballern Wobei, nein Beim Triana-Passive Stunning was Ha Nice Stunning Ja, geh mal am Sniper Irgendwie, ich find LOL Wobei, eigentlich hätte ich trotzdem Kaki zuerst machen sollen, weil Traktor kann eh nicht getief ins Brocken werden Ja, jetzt hier, brüchst Was soll's So, wie ruhig dich, hey Oh, nice Nice disperse dann, hey Wirklich Nice Revenge stun, okay Damage of Kaki Ja, prokt halt, aber was soll's Sleep Orion Stunning Und dann haben wir dann wieder Nuk ready, hey Okay, Triana down, ne Jesus, hey Damage auf dich Und das killen Jawohl, hey Und da war, hey Ja, wie geh mich dann Sack, scheiße, Orion Ja, dann haben wir dann noch, hey Wann ich schon 10 Wins oder so'n Blödsinn? Nö, jetzt Hä? Oh Okay, jetzt haben wir 10 Wins Na gut, schauen wir mal 11 Wins kriegen hier Gellion Kaki Und Suiki Gegen Keimun Wie und Haschvelk Oder wie auch immer heißt der Mogo Das Volk Oh, wie rundet, hey Na gut, macht nix Na, scheiß Gellion, hey Egal, oder? Jing, jing Alles tot, oder? Naja, fast Na gut Naja Wunderbar, hey 11 Wins diesmal Easy Platz 1, oder? Okay Okay Na gut Freunde Das war's Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal